Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem allerersten Video vom Intercity-Steuerwagen und der Baureihe 101 Expert. Der Release dieses DLC ist es morgen und wir gucken uns gerade mal die Tutorials an, die es dazu gibt. Und zwar einerseits zum Steuerwagen, danach gucken wir uns auch noch direkt in diesem Video das Tutorial zu 101 an. Es wird dann heute Mittag leider kein Video erscheinen. Das schaffe ich leider zeitlich nicht, weil ich erst nur sehr kurzfristig Zugang zu dem DLC bekommen habe. Aber ich kann euch schon mal auf eine Sache hinweisen. Heute Abend um 18 Uhr auf meinem Kanal findet ein Livestream statt, wo wir zusammen die 101 Expert fahren werden. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern tatsächlich mit Maddi. Maddi ist Entwicklerin von TSG. TSG ist das Studio, das dieses DLC veröffentlichen wird, beziehungsweise gebaut hat. Und Maddi sollte ursprünglich letzte Woche dabei gewesen sein im Stream von DTG. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und jetzt habe ich es aber geschafft, dass sie bei mir tatsächlich in meinem Stream meine Gästin sein wird. Dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen, dass Maddi als absolute Expertin, als Lokführerin in Realität, ja mit uns gemeinsam dieses DLC durchgehen wird. Und zwar auf einem absoluten Expertenlevel. Sodass ihr und wir alle dann wirklich verstehen, wie können wir diese Fahrzeuge fahren. Eins vorab, ich habe in das Manual mal ein bisschen reingeguckt, aber nicht extremst viel. Und ich habe bisher noch keine Sekunde selbst gespielt. Das heißt also, das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, sind auch meine allerersten Eindrücke. Es gibt ein Trainingsmodul für den Steuerwagen hier, wo wir einfach im Training Center unterwegs sind. Und das starten wir einfach mal. Und danach machen wir das Gleiche für die 101. Da gibt es noch ein paar mehr Trainingsmodule. Da geht es auch noch um Zugdaten, Eingabe und so weiter und so fort. Das werden wir an dieser Stelle einfach mal überspringen. Einfach aus zeitlichen Gründen, der Transparenz halber. Es ist frühmorgens bei mir, ein Tag vor Release. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb einer 786 BBMM BDZFDB geführt. Toll. Genau, und da ist das Ding. Wunderschön, der Steuerwagen. Wir gucken uns das direkt mal von vorne an. Ja, so sieht das aus. Wundervolles 3D-Modell. Wirklich hervorragend gelungen, wenn man sich das mal von vorne anguckt. Es sieht wirklich absolut gut aus. Da fällt mir sofort als Gegensatz der 3D-Zug. Das ist die Steuerwagen ein. Der modernisierte mit so einem ganz komischen 3D-Modell. Und das sieht wirklich absolut passend aus. Also wirklich toll. Da steigen wir jetzt einfach mal ein. Und ja, genau. Wir machen mal die Türen auf. Achso, steigen Sie zuerst in die 101 ein. Okay, wir steigen zuerst in die 101 ein. Kurzer Zug heute. So, hierhin. Die ZWS wird benötigt, damit die Lokomotive den Steuerwagen erkennt. Aktivieren wir sie. Okay. ZWS. Hier, wo bei der 101 neu ist, also klar, die ganzen Displays sind benutzbar und so. Das werden wir uns alles zum späteren Zeitpunkt angucken. Hier erstmal auch ganz wichtig der Maschinenraum. Und was ich schon mal ganz cool finde, wir können hier durch dieses Guckloch gucken. Das ist ein cooles kleines Feature, muss ich echt sagen. Das gefällt mir sehr. Achso, anderer Führerstand. Okay, dann schließen wir eben die Tür. Und hier auch zu. Und schalten die ZWS an. Die Zeit-Multiplexe Wendezugsteuerung müsste das sein. So, zurück in den Steuerwagen. Beziehungsweise nicht zurück, sondern das erste Mal dann jetzt im Steuerwagen. Wie gesagt, für mich sind das auch die allerersten Eindrücke. Das sind für mich die ersten Sekunden mit diesem DLC. Der Türschlüssel, den einmal rein. Und dann auf Öffnen. Dann können wir hier einmal rein. Und können auch die Tür hier schließen. Wir gucken uns einmal ganz kurz hier um. Im Steuerwagen selbst. Führerstand gucken wir uns gleich sofort an. Ja, hier haben wir halt eben entsprechend die Möglichkeiten Fahrräder zu. Platzieren. Ansonsten zweite Klasse. Wagen. Hier auch noch ein bisschen mehr Großraumfläche, die noch übrig ist. Und ja, Toilette besetzt. Ja, genau. Toll. Okay. Einmal rein in den Führerstand. Das ist natürlich das, was alle interessiert. Tür zu. Und wir setzen uns hoch. Setzen Sie den Richtungsschalterhebel ein, um zu beginnen. Toll. Da sind wir im Führerstand. Aktivieren Sie die Bremsen mithilfe des Bremsschlüssels, damit Sie von diesem Führerstand aus die Bremsen ansteuern können. So. Bremsschlüssel entriegelt. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. Fahrtrichtung nicht neutral, sondern vorne. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb beschweren. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. So. Können wir hier. Benutzen Sie den Türwahlschalter, um die richtigen Türen zu ermöglichen. Genau, also wir können den Türwahlschalter benutzen. Wir können aber auch natürlich die Tastatur dafür benutzen. Rechte Türen freigeben. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Die Türen sind aber nicht aufgegangen. Ja doch. Bevor Sie losfahren können, müssen Sie sicherstellen, dass die Bremszylinder leer sind. Lösen Sie die Bremsen und warten Sie, bis Sie sich lösen. Also so, einmal das Führerbremsventil auf lösen. Bevor Sie losfahren können, müssen Sie sicherstellen, dass die Bremszylinder leer sind. Lösen Sie die Bremsen und warten Sie, bis Sie sich lösen. Ja, habe ich. Übrigens, im Preview-Stream sah das Ganze so ein bisschen flach aus für den Texturen und so. Das sieht jetzt hier deutlich besser aus. Es lag tatsächlich an den Witterungsbedingungen, dass das Ganze nicht so gut aussah. Aber jetzt sieht das wirklich absolut fein aus. So. Wir haben hier eine ähnliche Steuerung übrigens wie die Baureihe 111. Wir können hier im Grunde genommen so eine Art, die Zugkraft auf- und abschalten. Oder wir nutzen halt eben diese Anzeige von 0 bis 100%. Das geht beides. Ich würde sagen, also hier ist die Halteposition und dann können wir hier so langsam Leistung aufschalten. Genau, und können losfahren. So. Wir können auch das Fenster aufmachen. Im Steuerwagen ist es natürlich leiser als in der Lok. Das ist ganz klar. Wir haben hier keine Fahrmotorlüfter. Und das sind unsere ersten Meter im Steuerwagen. Ohne Licht. Wo machen wir denn das Zugspitzensignal an? Schauen wir mal. Die sind schon auf hell. Instrumentenbeleuchtung auf ein. Vorstandsbeleuchtung aus. Bremse lösen. Radschlupfbremse. Sander. Zugbeleuchtung gerne an. Türen freigeben. Zugsammelschiene. Hauptschalter. Stromabnehmer. PZB. LZB. Achso, genau. PZB ist erstmal aus. Dafür braucht es ein eigenes Tutorial. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Und schaue mal, dass wir die Lichter anmachen. Genau da. Huch. Falscher Sitz. Da wollte ich mich hinsetzen. Jawohl. Jetzt sind die Lichter an und auf in den Tunnel. Toll. Hoch. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu haben. Genau, jetzt sind wir hier in dem Bereich mit, dass wir im Grunde genommen von 0 bis 100% Leistung aufschalten können. Das ist die andere Form der Steuerung. Wir können einmal auf die 200 kmh hoch. Und ehrlicherweise würde ich ein bisschen mehr Bewölkung bevorzugen. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. So, wir sind ein bisschen zu schnell. Und sollen dann halten im Bahnhof 1. Aber wir machen jetzt erstmal ein Bild zusammen, meine Freunde. Das erste Mal. Ja, wobei ich würde noch gerne einen halben Meter weiter fahren, damit wir nicht den Oberleitungsmast dort haben. Äh. Wir werden auf jeden Fall noch eine Runde drehen. Hier im Bahnhof 1 werden wir jetzt nicht halten in einem Kilometer. Ja, nee, das machen wir gleich. Wir drehen noch eine Runde. Toll, das Makro. Ja, es braucht eine gute Position für. Für einen kleinen Screenshot. So. Jawohl. Das gefällt mir noch sehr gut. Das gefällt mir doch nicht. Ah, hier bei der Tunnereinfahrt. Ja. Jawohl. Das gefällt mir schon deutlich besser. Schön. Der erste Screenshot mit der 101 und dem Steuerwagen. Kleines Thumbnail brauchen wir auf jeden Fall. So, vielleicht. Und noch einmal vielleicht so von vorne. Ein bisschen können wir die Belichtung mal runternehmen. Dann blendet es auch nicht so. Jawohl. So, genug mit den Screenshots. Jetzt wird erst mal angehalten am Bahnhof 1. Schön auch hier die Beleuchtung. Gefällt mir auch sehr gut. Fahrplanbeleuchtungsdimmer können wir übrigens auch anmachen. Hier das Fahrplanlicht habe ich jetzt mal angemacht. Auch vorne hier, das sieht alles toll aus mit den Schläuchen, die darunter hängen. Kupplungshaken. So, 1,5 Kilometer noch. Ja, das dauert noch ein kleines bisschen, bis wir da ankommen. Und hinten dran schiebt unsere 101, 127 Strich 9. So, jetzt einmal die Leistung rausnehmen. Und wir bremsen langsam. Ja, ein bisschen zu spät sogar vielleicht gebremst. Mal schauen. Andererseits sind wir nur ein sehr, sehr kurzer Zug. Von daher kommt das durchaus noch hin. Ja. Ja, ja. Ja, Vollbremsung wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber mit der E-Bremse. Na. Hören wir uns mal den Sound an. So. Danke. Der Zug ist sicher zum Stehen gekommen. Sie können jetzt die Türen öffnen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Steuerwagens durchgekriegt. Sehr gut. Dann hätten wir das. Dann gehen wir direkt hier auf Weiter. Und BA 101 Expert Trainingsmodul. Moment, ich muss einmal ganz kurz gucken, ob das das richtig ist oder nicht. Weil das 101er Trainingsmodul machen wir jetzt auch direkt hinten ran. Damit wir beides in einem Video haben. Aber es wird auch übrigens nochmal ein richtiges Training geben. Mit der 101. Also kein Training, sondern halt ein richtig ausführliches Tutorial mit Aufrüsten und allem drum und dran. Moment. Was soll ich machen? Zughalle. Nein, nicht Fahrplan. Zughalle Trainingsmodule. So. Und dann die 101 Expert. Und dann haben wir hier die Einführung. Einfach. Dann haben wir das Expert Trainingsmodul. Das werden wir jetzt heute nicht machen. Das ist nämlich der Kaltstart. Ein kleines Modul zu Siefer ausschalten. Zugdaten. Und Störungen diagnostizieren. Wir werden jetzt erstmal das einfache Trainingsmodul machen. Und den Rest, ja, zu einem späteren Zeitpunkt dann. Aber gehen wir auch noch zusammen durch. Keine Sorge. BR-101 Expert. Introduction. Warum auch immer das auf Englisch ist. Übrigens bin ich auf einem Preview-Bild. Das möchte ich auch kurz dazu sagen. In diesem Trainingsmodul lernen Sie, wie man diese DB-DR-101 Elektro-Lokomotive fährt. Danke. Kein Steuerwagen hinten drin. Um diese Lokomotive in Betrieb zu setzen, muss der Richtungsschalterhebel eingesetzt werden. Jawohl. Die Sounds in der 101 sind so gut, Leute. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral, während wir den Führerstand vorbereiten. Habe ich. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. Habe ich. Aktivieren Sie die Bremsen mithilfe des Bremsschlüssels, damit Sie von diesem Führerstand aus die Bremsen ansteuern können. Genau. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Gut. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Rechte Türen freigeben. Haben wir gemacht. Ja, dauert einen kleinen Augenblick, bis die Türen aufgehen. Die hintere bleibt zu. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahrt. Und Türen wieder zu. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Genau, Türen haben sich geschlossen. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. So, Spitzensignale sind eingestellt. Vorwärtsfahrt ausgewählt. Lösen Sie die Bremsen und bereiten Sie sich auf die Abfahrt vom Bahnhof vor. Okay, sonst noch irgendwas, was wir machen müssten? Ich glaube, soweit passt das. Instrumentenbeleuchtungshelligkeit und Anzeigenhelligkeit erhöhen wir auch noch direkt. PZB auch hier erstmal aus. PZB übrigens hier dann Eingabe. Man kann hier richtig Bremshund dazu und alles mögliche muss man da eingeben. Das machen wir alles noch. So, wir fahren los und genießen mal die Sounds. Um mit dem Ausrollen zu beginnen, stellen Sie den Fahrschalter in die Ausposition. Ausrollen? Dadurch wird jegliche Leistung unterbrochen. Ich will nicht ausrollen. Okay, machen wir das eben. Ja. Um mit dem Ausrollen zu beginnen, stellen Sie den Fahrschalter in die Ausposition. Dadurch wird jegliche Leistung unterbrochen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremsen ein wenig an, indem Sie die Bremsen in den Bremsbereichen legen. Ja, habe ich aber noch nicht vor, denn wir fahren jetzt erstmal. Das Fenster kann man wieder schließen. Einmal in den Tunnel hinein. Auch der Führerstand sieht toll aus im Dunkeln. Ich kann auch hier übrigens auf die Schwarz-Weiß-Version wechseln. Auch hier lässt sich ein Foto absolut nicht vermeiden, meine Freunde und Freundinnen. Das Fenster kann man wieder schreiten. So, 200 Kama sind erreicht. Wir stellen auf aus. Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt einmal komplett in die Bremse rein, denn ich würde gerne euch mal den Anfahrsound von außen noch zeigen. Das machen wir direkt hier auch. Da wurde ich extra drum gebeten von meinem guten Freund, dem Raphael. Der hat gesagt, zeig doch nochmal bitte die Anfahrsounds der 101 von außen. Und das machen wir jetzt auch. Daher einmal kurz in die Bremse rein. Und dann fahren wir einmal von außen an. Übrigens, der Kilowatt-Zähler funktioniert. Also das war, glaube ich, im Stream hatte das noch nicht funktioniert oder so. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber er funktioniert auf jeden Fall. So, dann fahren wir jetzt einmal von außen an. Und hören zu. So, dann fahren wir jetzt mal. Ach, Mann. Mensch, jetzt hat sie mich unterbrochen. Ich wollte doch die Anfahrsounds zeigen. Gut, aber mehr dazu heute Abend im Stream, meine Freunde. Da werden wir alles ganz ausführlich uns angucken. Mindestens zwei Stunden, wenn nicht sogar noch länger. Und vier Bremsen. Huch. Ja, ein bisschen Overshooting. Ich hoffe, das passt noch. Ja. Was? 628? Was? Äh, verriegeln. Okay. Das war jetzt komisch. Gut. Und, ähm, dann, ähm, würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr Livestream. Bei mir auf dem Kanal. Mehr zu 101 zum Steuerwagen dann dort. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Und, ähm, ja, ich bin schon mal gespannt auf euer allererstes Feedback. So, und dann können wir uns am Abend das Ganze ausführlich angucken. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Und, ähm, ja,VE-